Hallo ihr Lieben! Heute gibt es bei mir ein ganz einfaches Rezept für diese leckeren Blätterteig-Teilchen mit Pfirsichen. Die sind unfassbar lecker und so schnell gemacht. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Folgende Zutaten benötigen wir jetzt. Eine Rolle Blätterteig, Pfirsiche und zwar habe ich hier die aus der Dose genommen, die schon halbiert sind. Dann Wasser, ein Ei, Honig, Vanillepuddingpulver, Zucker, Quark, Eigelb und Puderzucker. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. In meine Schüssel gebe ich jetzt als erstes den Quark, dazu kommt Zucker, das Vanillepuddingpulver und das Eigelb. Das Ganze wird jetzt richtig schön cremig aufgeschlagen und schon ist die Quarkmasse fertig. Den Blätterteig habe ich jetzt hier schon einmal ausgerollt und teile ihn jetzt in acht gleich große Stücke. Die einzelnen Teigquadrate habe ich jetzt auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt und habe dazwischen auch ein bisschen Platz gelassen, weil ja im Ofen die Teilchen nachher auch ein bisschen auseinander gehen. Und jetzt kommt die Quarkmasse auf diese einzelnen Quadrate und zwar mache ich die in die Mitte, so circa ein Esslöffel. Dann kommt eine Hälfte von den Pfirsichen in die Mitte. Jetzt habe ich hier das Ei und das werde ich jetzt hier einmal ein bisschen mit dem Pinsel verquirlen. Ihr könnt das auch mit einer Gabel machen. Und dann bestreiche ich die Seiten mit diesem Ei. Einfach ringsherum ein bisschen von dem Ei drauf geben. Wenn ihr das gemacht habt, dann klappt ihr die Seiten so ein bisschen nach oben und die Ecken klappe ich einmal zur Mitte. Und jetzt kommt das Backblech bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 20 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen. Meine Teilchen habe ich jetzt frisch aus dem Ofen geholt und wenn sie jetzt noch so schön heiß sind, werden sie auch gleich mit dem Honig bepinselt. Und dann können sie erstmal abkühlen. Jetzt fehlt nur noch der Zuckerguss. Den könnt ihr natürlich auch weglassen oder einfach nur Puderzucker drüber streuen. Ich habe jetzt hier meinen Puderzucker, gebe dazu etwas Wasser und dann verrühre ich das Ganze zu einem glatten Guss und gebe das dann über die Teilchen. Und schon sind die Blätterteigteilchen fertig. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Zubereitung. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezepte-Welt. Tschüss!